Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play mit dem Skull-Door. Hallo! Und ja, wir spielen mal wieder ein Survival-Spiel. Das ist mal was ganz Neues. Ja. Das ist ein Plastik-Cars, das brauchst du ja nicht. Und der ein oder andere kennt das Spiel vielleicht sogar. Es geht um Raft. Und wie ihr schon seht, der Name ist Programm. Also man spawnt auf so'n kleinen Flößchen. Sammelt hier und da ein bisschen Kohstoffe. Oh, der Hai! Und... Ah! Nein! Danke. Sehr gut. Da schenke ich schon mal sehr gut an. Wie geht denn das Werfen nochmal? Ich kann das Werfen nicht mehr. Genau, und mit diesem Machen versuchen wir jetzt einfach die ganzen Rohstoffe zu sammeln. Wie schmeißt den du? Da weiß es nicht mehr. Link die Maustaste. Das naheliegendste. Neh, meine packt den du noch weg. Gedrückt halten. Hä, warum? Warum? Warum linke Maustaste drücken, Alter? Stell dich halt nicht so an. Gedrückt halten! Ja, selbst wenn, passiert nichts. Der schmeißt es nicht. Hä, bin ich bescheuert. Das ging... Ja, Alter. Gedrückt halten. Ja und dann? Linke Maustaste gedrückt halten. Und dann wieder loslassen. Ja und jetzt lass ich los. Ich drücke und lass los. Da passiert nichts. Das ist grad bei mir verpackt. Dann fühlt sich doch der Kreis. Ja genau. Und dann lässt du los. Ne, bei mir eben nicht. Oh, da hinten ist ein Insel. Ey, das ist grad klappt. Das ist bei mir verpackt gerade. Ah, jetzt! Ja, das war wirklich bei mir verpackt. Ich habe jetzt einmal gescrollt. Also Waffe gewechselt und jetzt ging's. Also es war nur verpackt bei mir. Alright. So, gut. Da hinten ist ein Insel schon. Das ging ja flot. Was? Wo? Und... Deck von uns. Oh ja, da können wir gleich schon hin. Genau und da ist jetzt ein neues Update draus gekommen. Chapter One oder so wie es heißt. Genau. Und dann haben wir gedacht, fangen wir mal damit an. Wir haben das Spiel zwar schon ein bisschen davor gekauft. Mal ein bisschen angetestet. Dann aber mit für Forrest bisschen weiter gemacht. Aber jetzt haben wir uns mal gedacht, jetzt machen wir mal ein bisschen Forrest. Äh, Raft. Was? For Ra... Äh... Äh... Genau. Und was uns letztens schon aufgefallen ist. Man muss ziemlich auf Nahrung und Trinken achten. Oh ja, das geht so schnell. Und dann würde ich sagen, dass wir da jetzt vielleicht schon mal anfangen, irgendwas zu bauen. Unser Fluss bisschen größer zu machen. Und vor allem schnellen Speer zu bauen, weil der Hai dann regelmäßig angreift. Ich komm grad irgendwie nirgends dran. Jetzt mal ein Holzspeerseil. So. Ja. Das ganze Zeug eigentlich kann man das ja mit Rechtsknütz vielleicht. Nein. Am besten sind halt diese Fässer, weil du da mehr ein bisschen mehr bekommst. Ja, das stimmt. Oh, der Hai kommt. Und man kann... Letztes Mal ist es nicht so schnell gekommen, ist ja krass. Ne, war jetzt schnell da, ja. Das bräuchte man ja schon fast wieder noch so ein Ruder, dass wir hinkommen, weil ich bin mir nicht sicher, ob man das automatische Treiben. Der Hai, das ist ja so geil, wenn wir gleich am Anfang auf so eine Insel kommen könnten. Ja, aber wir haben auch keinen Anker. Ich hätte Angst, dass das Ding weg ist. Paddel. Also ich könnte ein Paddel schon bauen. Ja, Paddel. Aber wir brauchen ja auch einen Anker, damit er nicht weg ist. Gut, aber was wichtig ist, glaube ich, eine Angel. Okay, warte. Ich weiß nicht, was wichtiger ist. Essen oder die Insel? Essen. Ja, ich glaube, Essen ist sogar bisschen wichtiger jetzt. Die Insel wär schon nice jetzt, weil da gäbs ja theoretisch vielleicht auch Essen. Ah, fuck. Komm, ich tue schon ein Paddel-Bahn. Ah, wir haben ein Problem. Ähm. Ähm. Das wär jetzt doof, wenn es eine Dingkarte gibt. Oh, shit. Ich bin gleich tot. Tschüss. Hey, ich hab mich nur abgelenkt, ja. Fuck. Soll ich jetzt schnell ein Paddel bauen? Ja, da muss einer auf dem Floß bleiben. Scheiße, ich kann doch keinen Paddel-Bahn. Wie ging das? I oder? I oder Tab. Und wo war das? Paddel, Paddel, Paddel. Ach, Mann. Ich hab' viel Kunststoff. Ja, aber grad sagen wir viel. Darum hab' ich versucht, das grad Ding da sind. Komm, wir an nach hin. Insel, nein. Scheiße. Gut, am Anfang, am Anfang, am Anfang, die Insel, die ist ein bisschen, naja, gut. Hat sich erledigt. Tschüss, Insel. Tschüss. Tschüss. Oh, das sind zwei, zwei, zwei Fässer davon, ne? Wir müssen aber unbedingt, man braucht diesen Hammer, Bauhammer. So, so erstmal ein Bauhammer. So, dass man repariert. So, erstmal, oh, na gut. Ich hab' beide Fässer. Nice. Sehr gut. Alter, wie viel Holz dabei war. Geiler. Dann kannst du ja gleich mal ein bisschen was bauen, ja. Also Holz hab' ich jetzt echt genug, glaub' ich. Ich mach' mal ein bisschen mehr. Jetzt wollt' ich B. Wie über den Forest. Ähm. Wie geht'n' das? Du musst dir diesen Hammer ausrüsten und dann, glaub' ich, rechte Maustür. Welcher Hammer? Du musst diesen Bauhammer erstmal bauen. Mhm. Kann ich nicht. Ich hab' keine Zeit. Ja, du musst das produzieren. Äh, produzieren. Also wenn du auf das Seil gehst, ist, erscheint so'n Plus. Da kann man's dann gleich draften, wenn du dann diese, äh, Palm-Blender dazu hast. Ist ganz praktisch. Ach, das Seil, ja. Herstellen. Ach, ja passt. Gut. Bauhammer herstellen. Gut. Hab' einen Bauhammer. Und mit dem Bauhammer, den kann ich jetzt, ah ja, genau. Dann mach' ich uns mal ein bisschen größer hier. Ja, das wird gar nicht mehr so schlecht. Hä, mir fehlt ja irgendwas. Ey, was ist das? Loll, genau beim Heim bist du gelandet. Da geht, da geht man voll Panik, ne? Nein. Bleib doch. kurz. Blätter braucht man relativ viel. Oh, 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 die, die, die brauchen wir die Kunststoffdinger. Ja. Ich versuch' den. Ach. Jawoll. Da. So. Irgend, ah ja, guck ich. Ich versuch' dann erst noch mal ne Angelrute. Dann kümmere ich mich ums Essen, ums Trinken, okay? Okay. Ah. So, also hab' ich die. Dann kann ich den schon mal wieder erweitern. So. Genau. Und man kann das. Floß ziemlich groß bauen und dann plötzlich auch automatisieren und so. Automatisieren. Dampfmaschinen. Nein. Und da hoffen wir jetzt einfach mal, dass es euch das auch gefällt, das Spiel. Scheiße. Wir würden uns natürlich freuen. Ja. Ihr dürft uns auch gerne Tipps geben, weil wir sind, wie ihr seht, auch noch absolute Anfänger. Ja. Also keine Oberprofis wie Interforestos. Aber nicht spoilern. Nur Tipps. Ja gut, spoilern. Ja gut. Es gibt ja keine Story, oder? Ich weiß es nicht, ob bei dem Chapter 1, ob da jetzt ne Story dabei ist. Äh. Also falls es ne Story gibt, bitte nicht. Genau. Aber auch so, äh, so ja und bei der und der Location, da findet ihr das und das dort. Das vielleicht auch nicht unbedingt. Weil, ich mache schon selbst erkunden und erforschen, Arsch. Ich bin mir grad nicht sicher, ob, äh, diese Inseln einfach zufallsgeneriert sind. Also die müssen ja zufallsgeneriert sein. Ich glaube nicht, dass das Spiel sagt, so nach so vielen Minuten, ähm, kommt jetzt die Insel? Ja gut, aber in dem Trailer und so gab es ja dann schon so ein Flugzeug oder so, das irgendwo mal war. Und so ein Labor oder so, wo du drinnen warst. Das ist interessant. Äh, also trinkt und essen geht grad irgendwie wo nach unten. Sollten wir langsam was machen. Ja, ich weiß schon. Schauts bei denen aus. Ich wollte aber erstmal... So. Ich brauche unbedingt mehr Palmblätter. Und ich brauche mehr Plastik. Mein Problem. Kunststoff zumindest. Nein. Kunststoff, Kunststoff, das ist ein Kunststoff. Hast du eigentlich schon schwer, falls du uns der Hai angreift? Habe ich ja, darum konnte ich ihn vorher auch ab. Ah ja, wunderbar. Oh, ich hab noch aufgenommen. Oh, ich hab noch aufgenommen. Hm? Was hast du? Ne, ich hab noch aus dem Haken gehabt und noch gar nicht aufgenommen. Ah, ich dachte ich hab noch nicht aufgenommen. Oh Gott. Ach so. Ach so. Äh. Stirb. Stirb. Nein. Der Scheißhain. So. Oh. Andere Rote. Boom. So, jetzt brauchen wir jetzt Feuer oder sowas, wenn du hast. Ich, ich guck mal, ob ich's Feuer machen kann, oder? Wann das? Äh, ich muss mich erstmal voll... Ach da Lebensmittel, einfacher Reiniger. Ja gut. Ja, ich könnte es wahrscheinlich machen. Ja. Was ist das? Aber trinken, aber trinken kann man halt auch, ne? Ja. Aber erstmal Grill oder Reiniger? Also was, äh, trinken geht bei mir schneller runter. So, trinken wäre vielleicht besser. Trinken? Gut. Ich denke schon, ja. Warte kurz. So, ich hab schon mal zwei Fische jetzt. Naja. Aber, ah, man braucht doch fürs Trinken eine Tasse. Ja, genau. Ah gut, es geht relativ gut. Ich weiß nicht, wie ich das hier her oder eher in die Mitte stellen soll, sodass es nicht gleich weg ist. Ah gut, es ist alles hier ran. Warum ist der da hinten beschädigt? Oder sieht das nur so aus? Ja, weil doch der Hai angegriffen hat. Kann, kann man das nicht reparieren? Doch, mit nem Hammer. Uh, Nacht. Kannst du das mal reparieren da, weil ich hab keinen Kunststoff gerade. Weil es nur 40% hat. So. Ja. Ja. Ich möchte das ansünden. Äh, Moment. Konnten wir es vorher nicht mehr versuchen machen? Vielleicht geht es auch gerade nicht, weil es so stürmisch ist. Nein. Das wäre jetzt irgendwie... Oh, das bewegt sich alles schneller. Das ist unsere Chance. Viel zu holen. Und Palmblätter, die brauche ich. Sorry. Hallo. Ich möchte jetzt was anzünden. So. Kann ich mir eine Tasse herstellen. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen am vertuchsten. Das ist jetzt irgendwie kontraproduktiv. Hä? Das war Grill. Scheiße, ich brauche... Sup. Hä? Wieso kann man das nicht anzünden? Ja. Warum kann ich das nicht anzünden? Einfach durchstinken. Alter. Kann das sein, dass du das Spiel gerade ein bisschen verpackt ist für uns? Ey. Sag einmal. Ich entferne da mal irgendwas. Ich stelle das neu auf. Aber woanders hin? Mittendrin. Warte. Ich baue schnellen Grill. Lanke platzieren. Hä? Das hat sich doch immer automatisch angezündet, oder? Ja. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Eigentlich normalerweise schon. Oder braucht man Feuer oder sowas. Hä? Was nehmen wir gerade? Mhm. Toll viel verhungern. Wünsche Dursten vor... Hä? Ich komme jetzt... Hä? Okay. Okay, das... Okay, das... Geht schon mal? Das ist... Da geht's automatisch an, wenn ich den... Fisch drauf tun? Ähm... Bei mir ist es wirklich nur noch so ein Futzel, so ein Millimeter. Ja gut, dann nimm du mal... Das ist schon später gebrochen. Ja, ich glaube auch, dass du... Kann schon. Ja. Kann schon. Ja. Oh, Süßwasser... Äh... 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 Trinken. Salzwasser. So, jetzt ganz schnell wieder rein hier. Hier kriege ich das andere Salzwasser einfüllen. Da. Einfach einfüllen. Naja, wir werden angegriffen. Naja, wir werden angegriffen. Der könnte den Speer bisschen... Ähm... Kann... Mit mehr Elan irgendwo zu stecken. Äh... Zurückpieksen. Ah, geht er weg. Äh... Oh, ich muss mir gleich nur noch mal so... Süßwasser füllen. Äh... Linke Maus ist äh... Äh... Plastikhaken. Plastikhaken. So. Meiner ist gleich kaputt. Hör, essen! Scheiße! Ah, das hab ich jetzt genommen. Und das hab ich jetzt grad gar nicht mehr gedacht. Gut, ich bin einfach mal ein bisschen am Angeln hier, ne? Kommt du durch um den Rest. So. Ah, das Wasser wird wieder ein bisschen... Ruhiger. Die Gewässer werden ruhiger. Das ist ein... Ah, ich hab keine... Hau zu dir! Ich hab keine Angel mehr. Also keine... Haken. Ja. Ich hab mir grad einen gecroftet. Oh, shit! Ich brauch einmal Kunststoff. Dann muss ich jetzt entweder warten, bis das einmal bei uns vorbei schippert. Warte, ich kann dir doch bestimmt... Das muss irgendwie gehen, ja. Äh, essen. Da. Ja. So. Das kann ich... Siehste was da? Oh. Ah, Alter. Sorry. Das muss man echt, also... Ja, weil das ist... Weil ich hab's extra aufgefüllt und mit dich... Aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil ich ja... Plante platzieren. Dann tue ich da gleich nochmal einen Fisch drauf. Oh, ja, 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 Kunststoff. Ach, Gott sei Dank. Das ist einmal Kunststoff. Jetzt kann ich meinen... Haken... Oh, das hat gebildet. So. So, jetzt hab ich einen neuen Haken. So, dann... Flanke platzieren, Flanke platzieren. Wäre noch ein bisschen... Angeln hier. Oh, der links ist irgendwas. Eine Frack oder sowas. Anderes los. Oder so. Oh, ist aber weg. So, ähm... Weg mit dir, Hai. So, ähm... Also, irgendwie weiß ich, dass wir letztes Mal... Wo wir's ausprobiert haben... Probleme mit... Holz hatten. Und... Äh... Blätter. Und jetzt hab ich irgendwie Probleme mit Kunststoff. Arsch. Wieso kann ich da jetzt nicht... Arsch. Ah, nein. Ich wollte ihn nur nicht nach... So. Ach. Gut, also, man muss ziemlich viel, äh... Fisch irgendwie fressen. Ja, damit du wieder... Voll wirst, ne? Moment, was hab ich da jetzt eigentlich drin? Hab ich da jetzt Salzwasser? Süßwasser füllen. Ah, ja. Ich hatte Salzwasser drin. Trinken. Es ist ein bisschen kompliziert immer irgendwie dieses... Es füllen Süßwasser, Salzwasser. Es ist... Naja. Vor allem, wenn man da nicht mehr sicher ist, was man in der Tasse hat. Ja. Da... Wird ganz schön kompliziert. Wie... Wie viel Hunger hast du denn? Du, kann ich auch mal wieder was futtern, oder? Ja, ja. Den Fisch da drauf kannst du haben. Du kannst jetzt erforschen eine Antenne. Okay. Ich brauch so viel Kunststoff, weil irgendwie brauchst du auch jetzt anscheinend Kunststoff für... Ja gut, ist klar, ne? Weil irgendwie muss es ja schwimmen. Ich hab dich geangelt. Ich hab dich geangelt. Haha, hi. So, ich möchte hier jetzt mal ein bisschen unser Floß ausbauen. Ja, mach ich doch schon die ganze Zeit. Hallo? Ist dir nicht aufgefallen, dass es immer größer wird? Ja doch, doch, doch. Aber... Ich mach grad ein bisschen Platz. Ich behalte ein bisschen Holz, dass man Feuer und so machen kann. Ja, ja. Das ist okay. Ich baue... Dieser gigarte Fisch, den kannst du dann nehmen da auf dem Grill. Das ist sehr gut. Danke dir. Ja. Ey, ich trink das süß, was du da hast. Das ist okay. Aktuell ist nicht so schlimm bei mir mit trinken. Gut, ich mach's gleich wieder voll. Das ist halt wichtig, dass du... Oh, das ist gleich voll. Ne, also mit einer... Ne, wie soll das vorhin nicht funktionieren? Ich verstehe das nicht. Aber das Holz... Also es verbrennt ziemlich schnell. Also so eine Blanke... Oh, direkt vor uns ist auch noch mal irgendwas. Wo wir hin... Strömen. Ach, es hat man diese Baupläne irgendwie. War das nicht irgendwann mal so, dass die Tasche voll war? Das wär irgendwie gar nix mehr. Ja... Sag mir das Ding, das ist ja zu uns gesch... Guck mal, das ist gar nicht... Gar nicht mehr so weit weg eigentlich. Ja, das kommt schon sonst. Wir brauchen, glaube ich, so eine Truhe. Unbedingt. Das wäre gar nicht mehr so schlecht, weil da könnte man mehr... Äh... 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 Geil. Das war's eh schon, glaube ich. Oh, das singt! Oh, das singt! Das war's schon los. Ja, da war ein Kist, aber da hauptweise drin. Da war er ziemlich viel drin. Der Anker wieder entfernen. Aber es ist nicht schlecht. Hey, jetzt stehen wir ja. Ach so, ja, ich hab schon... Äh, sag mir jetzt ja nicht, dass der... Ach, der Anker ist einmalig. Okay, der geht gleich wieder kaputt. Was? Ehrlich? Ja, wenn man den wieder wegtut, dann ist er kaputt. Oh, nee. Ehrlich? Wie doof ist das denn? Und dafür hab ich... Oh, nee. Ich glaube, der hätte überhaupt keinen Anker gebraucht dafür, ne? Weil das so schnell war's. Oh, gleich wieder eine Insel? Ja, jetzt geht er richtig flott. Ach, bisschen zu flott, mein Geschmack her nach. Was kann man eigentlich alles noch bauen? Also, wir haben jetzt eine Tasse kleiner Anbaufläche... Forschungstisch. Sollen wir vielleicht bauen... Bett bauen? Ach so, boah, da brauchen wir viel. Leck mich am Arsch. Aber ein kleines Lager wäre nicht schlecht, vielleicht. Oh, der Segel. Hm. Na gut. Äh, ein Schild. Oder ein Kalender brauchen unbedingt. Ähm. Kleines Lager, perfekt. Ähm, Seil. Ein Paddel wäre nicht schlecht. Ein Paddel wäre noch nicht schlecht. Das Lager baue ich einfach mal hier in die... Tja. Ja, ich drücke doch. Achso, ich drehe ja schon. Hup. Hup. Warum baue ich denn die Treppe? Yay. Achso, in der Mitte ist jetzt ein Lager. Kann man alles auch mögliche rein tun. Oh, geil. Oh, ich bräuchte noch mal was zu essen. Oh, ich bräuchte noch mal was zu essen. Oh, ich bräuchte noch mal was zu essen. Ich tue mal die Baumaterialien rein, oder? Kunststoff und Holz. Ja, genau. Gute Idee. Und... Das wäre gar nicht mehr so blöd. Weil dann... So, ich angel noch mal kurz. Für meinen Geschmack geht es Essen und Trinken einen Ticken zu schnell runter. Ja, das ist ein bisschen unrealistisch. Ja, das stimmt. Leider. Ah, weil man kommt gar nicht mehr dazu, irgendwas anderes zu machen. Ja, komm, Fisch. Ja, gut, aber irgendwann geht es ja, glaube ich. Irgendwann haben wir es ja festgestellt, dass es ziemlich... Zack, geht. Nimmst du den Fosster hinten? Wenn ich hinkomme... Ah, nein. Dann probiere ich es noch mal. Au. Wie das ausschaut, wie du das durchs Wasser... ...bringst eigentlich schon. Ich bin angegriffen vom Hai. Au, noch mal. Ich komme nicht hoch. Oh, ich bin fast... Wo war denn der Hai? Ich hab ihn gar nicht gesehen. Au. 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 Da... Da war der Hai. Voll erschrocken. Boah, krass. Voll erschrocken, Alter. Der ist ja irgendwie hochgesprungen. Ähm. Moment, wir brauchen einen Paddel oder sowas auch noch. Paddel. Nein, jetzt habe ich Salzwasser getrunken. Aber scheiße, jetzt brauchen wir aber noch einen Anker. Kannst du schon einen Angewohnen? Ähm. Weiß ich nicht. Wo ist ein Anker? Oder können wir da einfach... Warte, wenn wir hier so hinspielen, bleiben wir einfach hier stehen. Scheint schon so, oder? Sehr gut, dann gehe ich da gleich mal... Uuuh. Ich gehe jetzt auch mal. Ich kann nicht mehr sprinten, ey. Ah ja, weil ich Hunger habe. Äh. Also ich nehme hier irgendwie viele Blumen auf. Die Blumen sind vielleicht gar nicht mehr so schlecht damit. Waaah. Ich bin bisher hochgekommen. Ach so da. Äh. 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 Ich sehe gar nichts. Äh. So viel Grün. Äh. 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 Du siehst es doch. Äh. Kann ich die Früchte nicht nehmen, oder was? Naja. Dann halt keine Mangos. Ich sehe Schrott. Okay, was, wenn ich nicht sprinten kann jetzt? Habe ich Angst da irgendwie? Bringt das bisschen was? Au. Okay, ich habe echt Angst, wenn ich da jetzt nicht sprinten kann, dass ich da gleich verrückt werde. Hä? Aber ich sehe den Hai gar nicht teilweise, wenn ich angrebe. Ohne Witz, ich habe mich jetzt extra nochmal umgedreht. Der ist nicht da. Ach scheiße, ich habe gar nichts mehr zum trinken. Ach scheiße, kannst du ganz kurz was zu trinken machen? Hä? Ich bin doch selber nicht am Floß. Äh, jetzt doch. Ich bin am Floß. So. Wassermelone. Kann ich Wassermelone essen? Hä? Ruhige Kartoffeln. Oh nein. Salzwasser. Ah! Ich sterbe. Ich verhungere gleich. Alter, das ist doch zum Kacken. Geh, bitte. Geh schneller, Wasser. Bitte, 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 bitte. Ah! Ich sterbe. Nein. Nein, du stirbst nicht. Doch, mein Lebensbalken ist gleich unten. Ja, aber das ist ja gleich fertig. Ich fülle dann gleich wieder auf. Komm schon. Na komm schon. Du bist gleich kritisch. Wie kommen wir hier jetzt eigentlich weg, wenn wir kein Paddel hätten? Ja, das ist ja doof, ne? So, dann hole ich mir diese Blättelein noch. Ach, halt. Ich tue einfach hier mal ganzen Blumen. Alter, das Lager ist ja mini. Das ist sehr klein, ja. Ah, was soll man damit anfangen? Na, ich hab mal paar Blumen rein. Ich geh mal kurz hoch. Hol den Rest. Da waren viele Samen und so. Da kann man mal dieses Beet bauen. Wieso kann ich jetzt? Naja, okay. Also, ich hab jetzt ein Paddel. Ja, ich hab auch eins. Warte auf mich. Ne Angelruderei noch. Oh, ne Kiste. Oh. Boah, Papa, für ne Angelroute viel Seil. Legt mich am Arsch, Alter. Holy moly. Wo war ein Seil? Da. Alter, ich hab keinen Platz mehr mit dem Notar. Scheiße, Dreck. Kannst du kurz hochkommen mit dem Rest zu holen? Oder hast du gar nicht überhaupt keinen Platz mehr bei dir auch? Alter, doch gleich. Ich bin gleich soweit. Ich versuch grad ne Angel zu bauen. Oh, ne. Warte mal. Ich hab nur 6 Seil, ehrlich. Wo? Mir fehlen 2 mal Seil. Was? Nehme ich schon mal die Scharniere. Wo geht's denn hier hoch? Rezept Früchtekompott, das braucht man. Wir sind nur wieder hochgekommen. Durch die ganzen Steine, da kann man's bisschen hoch. Ah ja. Chillen. Kann man die Pflanzen an dem Baum gar nicht? Ne, guck mal heute nicht. Hallo. Ich bin da. Ja, da liegen noch so... Ahhhh. Da geht's ja runter. Sag doch was. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Hä, wo bin ich? Du bist unten. Scheiße. Bin wieder beim Floß. Steine. Boah, das ist ja furchtbar hier hochzuklettern, Alter. Meine Güte. Ja, das ist... Können sie ja nicht normale Wege machen. Ja gut, diese ganzen Samen möchte ich jetzt nicht quer... Äh, wie komm ich da eigentlich? Oh, hier ist was. Na, Andernas. Ey. Glas, Früchtekompott. Perfekt. So. Äh, und jetzt muss man eigentlich wieder ins Wasser springen, oder? Da ist der Hai, also... Wo ist das los? Ja, dann einfach ab ins Wasser, würde ich sagen. Wo ist das los? Jaaaaah! Schnell lang, schnell lang. Oh, und deswegen was? Nämlich. Ah! Okay, nevermind. Ich hau auf. Anschlau. Warum? Hi. Hi. Ah! Fuh, ich sehe keine Ei. So, es ist erfüllen. Gleich wieder auffüllen, bitte. Achso, warte, ich bin gerade am Angeln. Ja gut, dann fülle ich schnell auf. Alles gut. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr. Und ich glaube, mal zum Garten anzubauen wäre vielleicht gar nicht. Ja, das wäre wirklich. Ich habe echt viele Samen auf einmal. Nein, nein, bleib! Also ich habe jetzt mal die anderen... Kann ich zum Beispiel diesen Karton hier nehmen? Oh ja, die haue ich gleich aufs Feuer. Ja, ich habe alles voll, ey. Wir brauchen noch mal ein Lager oder so. Oder ist noch ein Platz? Noch ein bisschen noch. Ah, das ist nervig. So, die Fahrt geht weiter. Ja, wieso deckt es nicht automatisch? Das ist nur ein Trick. So, dadadada. So. So, jetzt müssen wir automatisch gehen, oder? Ja. Ja. Komm her. Oh. Du gehörst mir. Danke dir. Du auch. Danke dir. Du auch. Die andere ist mal wieder kaputt. Zack, zack, zack. Oh, was. Alter. Der riesen Fisch in deinem Arm. Sieht aus wie ein Gewehr. Ey, wie viel Lungen hast du denn? Ich habe gerade einen Andanas gegessen, also ein bisschen über den Notfallstrich da anscheinend. Das passt hier nicht hin, ich kann den fetten Fisch gar nicht drauflegen. Ja, den musst du glaube ich erst zerkleinern. Was? Oder geht das nicht? Oder braucht man da einen größeren? Größeren Grill vielleicht? Ich brauche auch Blätter. Bleib da! Ey, ich habe doch tausendmal E gedrückt. Ehrlich? Was für Kackfass. Genau. Eine kleine Anbaufläche. Ah, ja. Was ist jetzt? Soll ich gleich die Anbaufläche oder soll ich lieber auf eine Angel jetzt nochmal sparen? Kann man das nochmal aufschnappen? Also die Angel ist schon... Ah, ich habe... Ja, ne, ja. Eine Angel ist schon ultra wichtig, ne? Naja, warte, dann... Das ist fast... Toll, jetzt brauche ich irgendwie so scheiß Zeug. Grünzeug und dann finde ich da nichts. Warte, ich gucke mal, ob ich eine Angel machen kann. So. Na, jetzt müsste es glaube ich gut ausschauen. Äh... Angelroute. Boom. So. Ich habe wieder eine Angel. Schau mal, ist das Inventar dort oder ist das ein... Achso, das ist mein Inventar. Hm. Ähm. Achso, du hast eine Angel. Schaufläche, ich glaube. Ich kann die sogar auch schon wieder... Ah, ah, ne. Vergiss es. Ne. Ach, das deckt ja gar nicht alles automatisch. Ne, das ist im Arsch aufgefallen. Muss mal was aufpassen. Oh, ist das ekelhaft. Werkzeug... Krass, äh... Die Samen, die tue ich mal da ins Lager. Und stecke ich das da mal drauf, genau. Ach, du hast auch paar Samen, okay. Mhm, 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 mhm. Jetzt habe ich Hunger, ich habe Hunger. Scheiße, haben wir da irgendwas zum Futtern? Äh, ist gerade noch raus auf dem Grill, ne? Ne. Gehört natürlich schnell einen Fisch drauf. Und ich tue gleich mal weiter angeln hier. Bitte, ja. Also ein Fisch ist schon mal drauf. Das ist sehr gut. Hey, wollen wir das machen? Wollen wir die erste Folge bisschen länger machen? Oder... Ach so. Das ist schon wieder vorbei, hier. Ja. Also, warte mal noch kurz, bis ich hier keinen Hunger mehr habe und so. Alles klar. Wir brauchen unbedingt nochmal ein Lager oder mal so ein Forschungstisch oder so. Ja, irgendwas irgendwie weiterkommen. Ja. Ich glaube aber, diese Anbaufläche wäre vielleicht eigentlich schlecht. Also, ich konzentriere mich auf diese Anbaufläche erstmal. Ich habe immer noch Hunger. Hoch. Jetzt noch mal wieder Platz drin. Ah ja das. Also, ich habe richtig viele Samen. Gut, ich habe aber zum Beispiel ich habe eine Weiße und eine Schwarzblume. Da denke ich nur kann für Farbe benutzt werden. wie wichtig ist jetzt farbe naja blätter ich habe hier mal auch ich habe hier mal dreimal erweitert damit das zeug nicht ganz am rand steht nicht das heil das mal zerstört ja ist eine gute so ich habe glaube ich relativ viel holz kannst du noch mal gleich was auf essen hauen wenn du fische hast direkt draufhauen weil ich muss man ich weiß ich kann mich nicht entscheiden soll ich jetzt angeln dann kommt irgendwas vorbei ist das brauche ich was brauchst du denn palmenblätter die fette danke genau das habe ich gesucht hallo weiß man andere scheiß fisch aber wir brauchen einen größeren grill ich würde gerne mehr drauf legen können ja das nervt ein bisschen was trinken ja ich will gleich auf das wollen wir sind es denn es denn es denn es denn es denn nein 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 wir haben verluste was so der fluss ist kleiner geworden nein da kriegst du es nicht mit wenn der haie an kraft das hört man doch ja ich hab doch gesagt aber da hinten war es beschädigt und ich dachte der ist dann wieder abgetaucht so wart dieses scheiß beet aber ich baue jetzt ein beet so das beet ist jetzt da das bauen wir hier so hin mit trinken bin ich wieder voll ganz voll ok also jetzt ist dann nur noch essen angesagt und dann kann ich eigentlich bauen ohne ende rote rübe perfekt also ich habe es dreimal rote rübe schauen mal da ist noch mal ein fisch drauf da hinten wäre eine neue insel daher kommt wieder der kommt wieder ok er schwimmt uns weg ok das wasser wird wieder rauer naja man ist fertig kannst hast du getrunken schon warte ich tue es nachfüllen ach komm schon fisch das war mir brauchst du nicht ja eigentlich noch ein bisschen hey komm schon unser fluss muss größer werden hallo ich möchte hier perfekt gut jetzt kann ich mir neue leisten das schon mal wichtig das wasser ist fertig ja ja ist okay für dich kann zudrängen muss man eigentlich jetzt auch frisches wasser warte gehört süß wasser pflanzen wässern ja oh gott oh gott ach das kommt auch noch dazu oh mein gott ja gut aber ich glaube 40 minuten reichen für die erste folge warte ich tue nochmal ein fisch nimm und die sonne geht auf und ich verhungere gerade nicht ich bin durfte gerade nicht das wasser ist ziemlich laut ich glaube das muss ich die nächste folge okay warte kann ich das jetzt schon irgendwie machen schnell warte also wenn euch das stört dann sagt bescheid aber ich finde es bei mir aktuell noch ja bei mir war es auf hundert prozent deswegen war das ein bisschen laut so ist besser glaube ich ja okay ich bin schon gespannt wenn man jetzt dann so 20 folgen und was haben wir uns bisschen ausschaut bei uns bin ich ja schon gespannt das ding ist du brauchst für jedes teil für jedes ding auch noch zwei plastik das nervt für das floss zeug warte ich trinke mal kurz was wieder so ich glaube langsam habe ich es raus mit zu essen und trinken regelmäßig das geht langsam glaube ich ganz gut ich bin verhunger gerade auch nicht das ist auch gerade ganz gut so ein neuer fisch ist drauf ja komm ich glaube als nächstes würde ich sogar mal den forschungs zu sparen oder so ja wir sollten auch wenn es wie das ausschaut mit dem finger dahin will ich haben kann man es nicht so okay das hast du gar nicht gesehen ja du warst beschäftigt da ist einmal durch unser floß aber oben rum geschwommen und zwar lustig wegen der welle weil sie da war überhaupt der welle gut ich würde dann das fluss noch ein bisschen größer machen dann würde ich den forschungstisch hinfahren weil ich möchte jetzt irgendwie ja 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 mach 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 aber das können wir dann auch in der nächsten folge machen würde ich sagen ja unser fluss und dieses festlein und dann immer genau passt perfekt und wir werden angegriffen es ist nicht kaputt gegangen doch ich hab's noch gerade eingebaut genau das ist ja ich habe ich habe noch keine dinge das ist mein problem die ruhe in diesen alarmarschig klein und da müssen wir nochmal gucken da vielleicht mal eins bauen und dann ist es schwierig in diesem punkt zu finden die moment kommt daher also das ist jetzt oder sind zwei fässer die müssen noch sein auch geil zwei fässer oder das beide fässer das ist ja ich weiß gerade nicht ob ich jetzt wo wo mache ich die seite oder die seite ich habe mal da hin da und da ok ja passt scheiße geben kunststoff aus haben wir da noch kunststoff drin ach so das kunststoff brauchen wir damit das so schwimmt wahrscheinlich ja ja da unten die fässer ach verdammte scheiße ich fall da so oft rein ja gut aber wenigstens kriegt man leben wenn man da ist und so also immerhin ja so jetzt hör mal auf weil sonst dauert es ewigkeiten diese folge hochzuladen danke fürs zuschauen und bis zur nächsten folge tschau tschau